Thorfinn, warst du jemals in einem Krieg? Sei ehrlich. Ja, war ich. Hast du auch Menschen getötet? Das auch. Wie viel? Fünf? Oder gar zehn? Wieso möchtest du das unbedingt wissen? Du verabscheust Kriege doch abgrundtief. Baumfeld. An die genaue Anzahl kann ich mich nicht erinnern. Ich habe viele getötet. Seit ich fünf oder sechs Jahre alt bin, war ich auf dem Schlachtfeld. Ich war auch bei der dänischen Invasion Englands dabei. Ich war ein Krieger. Verabscheust du mich jetzt, Aina? Weil ich mich nicht erinnern. Ich war wieder mit dem Schlachtfueben. Vielen Dank.